So, Philipp Pritschen schreibt, dann eher keine Freiheit, Krieg und Bosheit für das kommunistische Nordkorea. Achso, ja genau. Wenn sie auf einmal das Bedürfnis haben sollten, die Nordkoreaner unsere deutsche Nationalhymne zu übernehmen. Ja, Rekorde-Unpopularität ist es gefährlich. Jetzt nicht mehr ganz so, ich glaube wir haben es einigermaßen gerettet. Achso, das Delphine-Orakel hat sich auf enorme Belastung bezogen. Okay. Alles gut. Das ist so eine alte... Ich sag jetzt mal, eine alte Let's Player-Krankheit, dass man alles im Chat auf sich selbst bezieht. Ähm. Irrömer. 95 Prozent, ich hoffe damit ist die Situation geklärt. Ich schau mal gerade rein, wie es denn da so vor sich... was denn da so vor sich geht. Achso, die sind noch am Aufstellen. Okay. Dann können wir den... Wir können auch den aus... Oh, auch aus der Ferne den... Befehl zum Angriff geben, das geht ja auch, genau. Okay. Ähm. Dann. Bote. Ihre Bekenntnis zu den... Du hast mich schon gelobt, liebe Familienfrau, das... äh... Weiß ich schon. Der will uns ermutigen. Der meint wohl, es geht noch besser. Der beglückt und wünscht uns. Und natürlich müssen wir natürlich jetzt auch auf das Defizit achten. Das ist nicht sehr überraschend. Ja, das wissen wir, dass da Dinge passieren. Deswegen sollten wir da wohl mal reinschauen, nicht wahr? Genau, die laufen jetzt da durch die Gegend. Wir sollten vielleicht mal eingreifen. Ich schicke mal gleich alle Leute wieder drauf. Wie man das so tut. Oder wie ich das so tue. So, einen Teil der Leute schicke ich jetzt mal hier hin. So unten rum irgendwie. Und den anderen Teil oben rum. Hier hin. Ich hoffe, das klappt. Und ihr könnt mal drauf gehen. Wenn die sich sowieso schon selbstständig machen. Genau. Ob es klappt. Okay, die gehen unten rum. Das ist schon mal gut zu sehen. Dann könnt ihr auch gleich auf die Leute drauf gehen. Und die können dann eigentlich auch noch da drauf gehen. Denn die kommen dann sowieso nicht mehr durch, glaube ich zumindest. Ähm, ja. Weiter geht's. Sitzblockade. Es mag zwar nicht. Dann. Oh, der Sit-In. Aha, aha. Das haben wir ja aufgelöst. So. Okay. Dann German Sports Gaming TV hat geschrieben. Ich wurde in Rules of Nations mehrfaches abgesetzt. Und dreimal ermordet. Das ist mir auch oft passiert. Ja. Das kenne ich. So. Redman schreibt, wie der pusht die Armee. Jo. Kommt auch noch. Äh. Dann. Äh. Enorme Belastung schreibt. In Nordkorea ist aber gerade Sozialismus. Nicht Kommunismus. Ja. Kommunismus gibt's ja so nirgendwo. Also zumindest nicht so, wie sich der Karl Marx das vorgestellt hat. Ähm. Da hat, da haben sie es irgendwie nie so richtig hingekriegt, das so umzusetzen. Weil sich das wohl leicht, sehr leicht korrumpieren lässt. Nun. Äh. Okay. Genau. Und das meint das Delfin-Oracle übrigens auch. Dass das so. Es so nicht gegeben hat. So. Äh. Dann. Fragt Philipp Bridgens. Äh. Ketal. Äh. Äh. Jen. Glaub ich. So. Oder Bueno. Bueno. Nee. Bueno. Oder? Eins von beiden. Ist beides Spanisch. Das weiß ich. Ich weiß jetzt nur nicht genau, was jetzt Adjektiv und was Adverb war. Oder ob das beides irgendwie... Ich weiß nicht. Ist schon zu lang her. Es tut mir leid. Äh. Ich muss da irgendwie wieder... Wieder ranklotzen, sag ich jetzt mal. Äh. Pirat Phlegi muss Feierabend machen. Schade, aber... Tschüss. Und viel Spaß noch beim Feierabend. Ähm. Dann. Genau. Enormen Belastung schreibt alle Sozialismus. Oh. Wenn es keinen Kommunismus gibt. Ja. Gut. Äh. Mach eine Utopie, wo keiner hungert. Das kann man auch machen, ja. Naja. Man kann es zumindest versuchen. Bei Star Trek haben sie es ja geschafft. Aber gut. Das ist auch leider keine Realität. Zumindest, was die Welt angeht bei Star Trek, ist es eine Utopie. Das könnte man sich vielleicht... Naja gut. Wünschen. Keine Ahnung. Äh. Bien ist das richtige Wort. Okay, dann ist Bien das richtige Wort. Dann Bien. War, glaube ich, mein erster Gedanke richtig. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Müssen wir noch irgendwas machen? Wir sind wieder beliebt. Ich glaube, jetzt können wir uns erstmal so ein bisschen zurücklehnen. Ich hoffe, dass die Pazifisten jetzt nicht schon wieder irgendwie ausrasten oder so. Wir müssen doch eigentlich jetzt allen Grund haben, die Pazifisten irgendwie zu bedienen. Äh. Zu bedienen. Zu verbieten, meinte ich. So. Äh. So, dann schreibt das Delfin-Orakel. Diese mache ich. Musst du nicht vorlesen. Gut. Dann werde ich das nicht tun. Äh. Keine Sorge. Was du da meinst, das wird, glaube ich, nicht passieren. Mh. Dann. Wollte ich jetzt... Was wollte ich tun? Ach so, genau. Ich speichere da vorher nochmal, denn ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir das tun. Und zwar würde ich gerne die Pazifisten verbieten, wenn sie so aggressiv sind. Ah, muy bien. Natürlich. Natürlich sagt man muy bien in Spanien. Das hätte ich eigentlich wissen sollen. Es tut mir leid. Ich bin leider so sehr gerade mit Latein beschäftigt, dass mein Spanisch verhungert. Ähm. Ja. Ja. Äh. Was wollte ich machen? Ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß es jetzt aber wieder. Tut mir leid. Wenn ich abgelenkt bin, dann... Dann vergesse ich alles. Okay. Jetzt aber. Wenn die so aggressiv sind, werden wir sie verbieten. So einfach geht das. Natürlich rasten die aus. Wer hätte es gedacht. Aber vielleicht hilft das was. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst vor der Reaktion der Leute darauf. Stellen mal die Leute auf. Und der Angriff kommt später. So. Oha. Das hat aber ganz schön Beliebtheit abgezogen, wenn ich das richtig sehe, oder? Delfinorakel schreibt. Oh Gott, Latein. Die Geißel der Menschheit. Och. Ja. Es hat einen schlechten Ruf. Es ist die Frage auch, wie sinnvoll es ist, das zu lernen, wenn es nicht mehr aktiv von Muttersprachlern gesprochen wird. Aber so für mich als Historiker und Sprachinteressierten ist das schon was Feines. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Gesetz über Pornografie. Genau, das haben wir verboten. Dann Verbot. Genau. Da haben wir die Pazifisten verboten. Und bei Bleedpad bist du unter 0%. Äh. Wieso? Da steht auch 61%, oder? Mach eine richtig krasse Wirtschaft mit großem Wachstum und großer Kaufkraft, schreibt er noch eine Belastung. Ja, das klingt nicht verkehrt. Das kann man mal machen. So. Chris Pertl schreibt, die Wirtschaft muss zeitprivatisiert werden, wodurch Investoren kommen. Okay, wenn das so wichtig ist, dann können wir uns das mal überlegen. Und auch Claudio muss Feierabend machen. Das ist bedauerlich, aber das akzeptiere ich und ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Philipp Ritschen schreibt, meine Klasse hat sie für die beste Klasse Deutschlands beworben. Dann wird die viel Erfolg. Und, äh, enorme Belastung approved the message of, äh, Chris Pertl. So. Ja. Gut, dann überlege ich mir das mit der Wirtschaft noch. Was, äh, dass wir da mal in Richtung Privatwirtschaft gehen. Okay, dann schauen wir mal, wie es den Pazifisten geht. Die sind hier auf ihrem Platz drauf. Die sind umzingelt, so mehr oder weniger. Wir sollten natürlich noch keinen draufschicken, schätze ich mal. Vielleicht halten die ja Ruhe, wenn wir einfach niemanden draufschicken. Dann können wir das hier aufteilen. Dass wir einen Teil auf die eine Seite schicken und den anderen Teil auf die andere Seite. So. Ungefähr. Dann kriegen wir die vielleicht ganz gut in der Kontrolle. Hoffe ich zumindest. Dann. Und, äh, David King freut sich übrigens gerade. Zumindest entnehme ich, dass der Chatnachricht, die aus einem Semikolon und einem großen D besteht. So. Sie sind großartig. Das ist schön. Das ist schön zu hören. Das höre ich gerne. Dann. Oh, jetzt habe ich die Nachricht weggeklickt, die ich eigentlich lesen wollte. Das tut mir leid. Tut mir selbst leid, um mir selbst willen, wie auch immer. Äh, die rennen überall hin. Warum rennen die denn überall hin? Was machen die da? Wollen die nicht sich irgendwie wehren oder so? Stattdessen rennen sie überall hin. Überall. Nur nicht dahin, wo sie irgendwas bewirken können. Das wird faszinierend. Dann schreibt enormer Überlastung, aber Deregulier so viel wie möglich, damit sie sich ausdrücken können. Also die Wirtschaft. Also kleine Umweltsteuer-ETC. Okay. Ich bin beim Politik-Simulator zumindest immer so der Fan von krassen Entscheidungen, was auch dann die äh, Umweltsteuer betreffen würde. Um halt die Umwelt zu schützen. Aber gut, wenn das so schlecht ist, dann werde ich mir das überlegen. Ähm. Ja, Philipp Pritschitz schreibt, irgendwie ist die Pazifisten-Union nicht sehr pazifistisch. Nun. Da könnte was dran sein in dieser Aussage. Wenn ich mir das so überlege. So. Ja, genau. Enorme Belastung hat vollkommen recht. Die Pazifisten sind irgendwie Feiglinge. Aber gut. Die sind halt Pazifisten, ne? Das muss man respektieren, dass das eben Pazifisten sind. Dann dürfen die auch wegrennen. Wenn es spannend wird. Okay. Jetzt die Frage. Kommt da jetzt noch irgendwas äh, erste Opfer? Jetzt rassen die schon wieder aus, oder was? Die sind so nervig, diese Pazifisten. Also. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Es tut mir leid. Zumindest in Nordkorea. Ähm. Ich hoffe, dass niemand diese Aussagen zu ernst nimmt, die ich hier ab und zu tätige. Am Anfang des Spiels kam mir eine Warnung. Dies ist nur ein Spiel und so. Wie auch immer. Äh. Die laufen weg. Schon wieder, oder? Das bedeutet Krieg. Sie haben den... Äh. Die haben den Tod geschworen aus der... Diese Grammatik, ey. Sie haben den Tod geschworen aus der Pazifisten, wo noch nicht war. Bla 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 bla. Und so. Ja. Schlimme Dinge. Äh. Dann. Schlimme Dinge, schlimme Dinge. Äh. Und ich gebe mir mein Bestes, die Leute da irgendwie einzuholen. Aber die werden wahrscheinlich wieder die Polizeistation erreichen, bevor wir irgendetwas tun können. Fürchte ich. Dann. Äh. Sie mögen den großen Führer nicht. Ketzer. Verräter. Ja, genau. Der, 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 unser geliebter Führer. Äh. Mit dem unkoreanischen Namen. Hier immer. Ignoriert das. Einfach. Diesen unkoreanischen Namen. Der ist nicht sehr, nicht sehr koreanisch. Ich weiß auch nicht, welcher Idiot dem, dem so einen, so einen Namen gegeben hat. Ich weiß nicht. Gibt schon komische Leute. Ähm. Eine Umbelastung fragt. Was bringt dir Umwelt im Spiel? Das ist allerdings ein guter Punkt. Ich habe das bisher immer aus ideologischer Sicht gemacht. Weil ich Umweltschutz persönlich nicht gerade unwichtig finde. Aber gut. Das ist ein guter Punkt. Man sollte vielleicht nachdenken, was einem eine gute Umwelt bringt. Wie hat ein weiser Mann aus Amerika gesagt? Es wird wärmer, es wird kälter. Das nennt man Wetter. So. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Den habe ich schon mal zitiert. Aber ich fand den Spruch so denkwürdig deswegen. Äh. So. Die Panzer können ja nicht in das Gebäude rein. Dann nehmen wir die, die Fußgänger und schicken sie da rein. Und hoffentlich können die was machen. Ich meine, die halten da ja noch irgendwie die Stellung gerade. Die anderen. Wieso schicke ich die eigentlich nicht dahin? Ich bin so blöd. Da kann man die Bande kaputt machen. Vielleicht bringt das auch was. Äh. Willi Pritschens meint, okay, auf gar keinen Fall pazifistisch. Genau. Äh. Dann Champion Sports Game TV schreibt, die wehren sich ja kaum, wenn du kommst. Vielleicht, weil es Pazifisten sind, wer weiß. Vielleicht hast du ja einen Einfluss darauf. Baller mal drauf, los. Vor der weg ist. Ich glaube, das wird nichts mehr. Den geh, haut ab. Okay. Äh. Okay. Was haben sich die Eltern wohl bei dem Namen gedacht? Ja. In der Tat. Das weiß ich auch nicht. So. Ich könnte jetzt nochmal Ronald Reagan mit den Bäumen zitieren. Aber habe ja schon. Genau. Deswegen ist mir auch eingefallen, dass ich den Satz auch schon mal gebracht habe. Jetzt, wo du das sagst. Äh. Okay. Das hat sich dann auch wieder erledigt. Ich hoffe, dass wir die Pazifisten dann demnächst mal los sind. Ich habe nämlich keine Lust auf nochmal Prügeleien mit Pazifisten. Auch wenn das ganz witzig ist. Weil das ja Pazifisten sind. Aber es ist doch etwas nervig auf die Dauer. Es hält uns doch etwas auf. Apropos hält uns auf. Wisst ihr, was uns gerade aufhält? Die nationale Assoziation für eine alternative Welt. Damit kann man das Wort Assoziation so im Deutschen benutzen? Ich meine, ich meine... Ja, ich weiß. Es gibt das Wort Association... Assoziation... 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 Und solche Dinge. Aber im Deutschen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh. Ausrücken. Und dann überlege ich mir, ob ich die alternative Welt auch noch verbiete. Verbiete eine alternative Welt. Habe ich denn jetzt schon den Befehlgang angegeben? Das war keine Absicht. Doof. Okay. Ähm. Da ist er streiken. Streiken müssen wir auch... Da müssen wir auch einschreiten, schätze ich. Einfach mal. Ah, okay. Und das Selfin-Orakel nimmt mir das... Die Aufgabe des Folgentitels überlegen. Äh, ab. Das ist... Da bin ich dankbar für. Äh. Mal sehen. Vielleicht heißt die Folge ja... Prügeln mit den Pazifisten. Oder sowas ähnliches. Das kann ich mir gut vorstellen, ja? Mal schauen. Wenn man das Video sieht, dann wird man es ja... Sehen. Aha. Ahahaha. Ha. Okay. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, wo willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine, war der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.